sorry aber ich hab grad irgendwie nur bock das wirklich strategisch zu machen wir gehen rambos style mäßig hier durch wir sind ja super krasse soldatentypen so er liegt jetzt halbtot auf dem boden er liegt immer noch halbtot auf dem boden ich kann mich nicht drum oh Oh! so ich muss jetzt einfach mal selbst mitbegehen wie diese scheiße hier oh leute leute suck brazen jetzt Das machen wir mal ganz easy Ich habe nämlich die Angst davor Dass wenn ich jetzt hier nicht so nach vorne presche Ich 5.000 Gegner dann haben werde Auf die ich allesamt keinen Bock habe Okay, jetzt hat er mich doch Scheiße Okay, ja, ist in Ordnung Ich mache jetzt mal ein bisschen vernünftiger Wir hatten natürlich jetzt alle unseren Spaß Auf jeden Fall Das Spiel ist ungefähr Das, was für Grim Tate ist Nur damit ihr mal Bescheid wisst Ich spiele es trotzdem Nur für euch Und weil ich natürlich Die Gamescore-Punkte haben will Wie gesagt, ich habe irgendwie Ich habe Angst, wenn ich nicht vorwärts gehe Ich eine unendliche Masse an Gegnern einfach nur habe Also mal ganz ehrlich Bis jetzt war eigentlich jede Taktik Von den Ghosts Reinrennen und töten Reinrennen und explodieren lassen Reinrennen und explodieren lassen Ja, ich habe eine Zeitwaffe Wenn der zusammenzuckt mit der Waffe Ist schon cool Hör auf damit Hättet ins Auge gehen können Raketenwerfer We're always left Ach so, nee, tschuldigung Ah, bin ich witzig Beschweine Oh Hoch zu leben jetzt Moin Thank you Thank you Ich schieße auf alles, was unwichtig ist Okay Ich hab doch gar nichts gesagt. Au! What the fuck? Willst du mich rollen? Der ist nicht ein scheiß Kerl! Naja, ich hab das Gefühl, dass ich gegen Amis spiele. Obwohl ich der Ami bin. Arschloch. So, weiter geht's. Ich hab Durst. Großer Bruder, gibst du mir mal Kohle? Geht nicht. Auf den Boden! Los! Ihr Jungs wisst, wie man richtig auftritt. Schnauze! Pirate, hier ist Ghost 6-3. So, warum nicht gleich so? Feierabend. Dann wär das Spiel jetzt schon fertig. Ich weiß nicht, was man jetzt so lange rumdödelt. Ach ja, komm! Ey, jetzt fickt euch doch mal! Ich schieße auf die scheiß Gegner im Gegensatz zu dir! Meckerzicke! Meckerzicke! Ich schieße immer auf die scheiß Gegner! Jetzt ist voll zwischen den beiden geballert und damit die beiden geowned. Logik. Ich muss pissen! Ich krieg nicht zu trinken! Ich darf nicht pissen gehen! Ihr Jungs wisst, wie man richtig auftritt. Schnauze! Pirate, hier ist Ghost 6-1. Gehen zum Evakuierungsdruck. Scarecrow, hier ist 6-1. Wir haben ihn! Verstanden. Outlaw bringt euch zum Treffpunkt. Wir müssen in 30 Minuten weg sein. Es gibt alte Stämme tief im Amazonas, die die Kunst der Folter jahrhundertelang perfektioniert haben. Die Föderation hat dieses Erbe angenommen und mit moderneren Methoden verfeinert. Sie sperrten Rourke monatelang in ein Loch. Und ernährten ihn mit einem Brei aus exotischen Pflanzengiften. So schwächten sie seinen Körper und machten sich an seinem Verstand zu schaffen. Danach nahmen sie sich seine Seele vor. Was von ihm übrig war, haben sie für ihre Zwecke neu geschaffen. Der Prozess war qualvoll und präzise. Rourke war nun ihr Ghost geworden. Die perfekte Waffe gegen uns. Das reicht. Was haben sie mit dir gemacht? Dasselbe wie du auch. Mich freigelassen. Du hast es mir vor langer Zeit beigebracht. Ghosts brechen nicht. Nun, ich frage dich jetzt noch ein einziges Mal. Jeder brecht Elias. Frag doch mal deinen Freund Ajax. Er ist ja nicht mehr unter uns. Nimm seinen Stuhl! Nimm seinen Stuhl! Schafft er alleine nicht. Bring den Bastard her! Es sieht irgendwie voll vertrauenswürdig aus. So endet es also Elias? Du würmst mich aus diesem Flugzeug? Du wirst mir jetzt alles, aber auch alles über die Ausgrabung in San Diego sagen. Was? Willst du mich fallen, Lieutenant? Wieder? Antwort mir, Rourke. Denkst du wirklich du kannst mich brechen, Elias? Na los da! Komm schon! Hier bin ich! Logan! Bring ihn zu mir! Es ist vorbei, Rourke! Du bist besiegt! Niemand hat mich besiegt, Elias. Du hast mir meinen Job gerade immens erleichtert! Oh mein Gott! Wie unerwartet! Wenn du das überlegst, Junge! Such mich! Es ist immer besser! Okay! Dankeschön! Au! Schön hier! Ich liege auf dem Boden und kann so krass rüber! Alle melden! Ja! Bei mir ist Merrick! Gut! Die gehen ist bei mir! Ach um mich macht sich keiner Sorgen! Ich spreche ja nicht! Daher... Und dann uff! Okay! Das ist schade! Ich bin echt los! Wir haben einen Job! Das hier! Wie viele leiden werden muss ich! Ich bin los! Ich bin mit meinem Job! Ich bin mit dem Job! unten und leise bleiben dann findest du uns du kannst es schaffen was war denn das wenn er an wem vielleicht aber ich sage schon mal falsch hier sind immer noch Patrouillen unterwegs bei uns auch was die jetzt plötzlich so schnell hier machen und das nur bewaffnet mit einem Messer deine Gruppe näher sich deiner Position zu stoppen pass auf dich auf ach die scheiß Mücke hier da müssen wir unsere unsere äh